ARD Text im Auftrag von Funk Ja, bitte. Fühlt sich wohl, ich bin Herr Müller. Ich hätte gerne gerne Beizpapier zu verkaufen. Für 99 Franken oder 20 für einen. Wofür haben Sie Interesse? Eine ganze Packung für 99 Franken. Super. Das wäre gerade für Sie. Ich lege es Ihnen nachher. So, das Geld können Sie noch drauflegen. Dankeschön. Bideschön, ciao.